Das Venedian Palace Hotel in Las Vegas, der Palazzo Tower. Hier im 38. Stock haben wir diese Suite. Neil, Tom und ich wohnen hier jetzt für zwei Nächte. Heute am 21. Juli 2021. Unsere Suite. So sieht sie aus. Das ist eine Suite hier. Und dann auch ich zu sehen mit meinem schönen Verschwörer-T-Shirt. Dann haben wir hier eine Toilette in einem anderen Raum. Da ist auch noch mal extra Lichtschalter. Eine Luxus-Suite. Die ist so riesengroß. Allein das Bad ist größer als ein normales Zimmer. Ja, ich glaube, es ist ein Oberbürgermeister. Ich bin ein Oberbürgermeister. So, und jetzt da sind meine beiden Freunde. Und ich bin, glaube ich, auch irgendwo mal zu sehen. So bin ich zu sehen. Neil ist am Arbeiten. Jetzt bin ich mal drauf. Jetzt bin ich drauf. Und ja, die arbeiten da. Sie erlauben mir auch, dass ich filme. Das ist hier. Manche Freunde wollen ja wegen meinen Verschwörungstheorien oder so, wie ich drauf bin, nicht gezeigt werden in meinem Blog. So, hier gucken wir jetzt mal runter. Das ist der 38. Stock. Da ist der andere Tower. Wir sind im Palazzo Tower. Und da ist der Venedientower. Das ist alles ein Casino. Hier unten ist der Wellnessbereich. Da könnt ihr den Wellnessbereich sehen von dem Hotel. Den dürfen wir natürlich auch mitbenutzen. Da hinten ist der St. Markusplatz. Und das Mirage-Casino, wo früher Siegfried und Roy aufgetreten sind bei Weißen Tigern. Sondern dann geht das hier rum. Da sieht man dann weitere Casinos. Von hier oben hat man einen wahnsinns Überblick. Die stehen auch wohl schon eine Menge Jahre, diese Casino. Jetzt kommt das Riesenrad. Und dann ist das hier. Und heute Abend gehen wir ins Hofbräuer. Da ist ein Heben. Das ist auch. Da hinten ist der Flughafen von Las Vegas. Ja. Also allein schon dieser Ausblick hier, den wir hier im 38. Stock haben. Wir sind ja auch über dem anderen Tower oben drüber. Also das ist schon der Wahnsinn. Und da eine Einladung für zu bekommen. Ja. Okay. Dann nochmal ein finaler Rückblick wieder auf unsere Suite. Ja. Da geht es noch eine Treppe hoch. Also hier kann man sich schon gut gehen lassen. Tschüss.